Junge, alles 55er Level hier, Alter. Was soll denn das? Ja, also Fabio, du wolltest ja nach drei Dinos Aufschau halten, ne? Ja, ja, ich gucke hier gerade schon. Nee, du bist auch Level 55. Warum sind denn hier alles 55er Level, Alter? Damit wieder nun herzlich willkommen zurück zum Let's Player Lost Island. So, weiter geht's hier. Wieder ein bisschen ruhigerem Geschehen. Weiter zusammen mit dem Jan. Guten Tag. Moin. Genau, wir waren in der letzten Session in der Wüstenhöhle da drinnen, unten rechts auf der Karte. Ja, deinem Labyrinth, Alter. Das war ganz geil. Wir haben zwar kein Artefakt, weil es keins gab, aber wir haben einen guten Loot bekommen, würde ich mal so sagen. Was haben wir eigentlich bekommen? Ich weiß gar nicht, ich habe eine gute Metallhose bekommen. Ich erinnere mich. Also einen Bauplan für eine gute Metallhose. Wir haben einen sehr guten Bauplan für eine Flinte bekommen. Hier wollte ich mal gucken, ob wir die bauen können. Das wäre natürlich fürs Taming ziemlich geil. Ich habe aber auch eine sehr gute Armbrust mit 600 Prozent. Dürfte auch ganz gut dafür geeignet sein. Ich warte noch mal eben auf den Drop. Da haben wir einen gelben Revolver drinnen. Dann gucken wir mal, was das ist. Wenn da nichts taugt, dann ab in den Zerkleinerer, haben wir wieder ein paar hundert Metall mehr. Ist ja auch das Schöne, dass wir jetzt den Industrie Zerkleinerer haben. Heute machen wir wieder so ein bisschen geteilte Arbeit. Ich kümmere mich um ein paar neue Tiere. Und der liebe Jan wollte sich ein bisschen ums Gewächshaus jetzt kümmern, dass wir endlich Früchte und sowas alles machen. Dass wir dann auch sowas wie Kibbel oder Kuchen oder wie auch immer was herstellen können. Das wäre natürlich dann... Nice! Hier ist diese komische Schnecke, aber die füttert man... Die braucht halt genau diesen Kuchen. Ich brauche diesen Kuchen, ja stimmt. So. Okay, habe ich zwei Sachen für den Zerkleinerer. Das ist... Die sind außerdem erwachsen, die, die Biber. Mairwings. Mairwings, genau. Ich weiß gar nicht, was das sind. Sieht aus wie so ein Schnabeltier, Biber, Gleiter, Kreuzschnitt. So. Guck ich mal was raus, dann eigentlich dafür. Ja. Ich hatte da auch noch mal ein bisschen die... Was haben wir denn da? Ist das ein Sinomar Crops? Ja, oh hier sind's... Oh. Hier sind's... Was greift ihr mich denn hier an? Hier sind Sinomar Crops. Na, wenn hier ein paar sind. Dann gucken wir doch gleich mal. Level 50. Nee. Ich brauche mal ein bisschen mit. Ist das safe hier überall noch? Oh, jetzt ist der... Ich sollte echt mal das auf Deutsch umstellen. Das fuckt mich jedes Mal auf Neue ab. Dass es auf Englisch irgendwie voreingestellt ist. Bei mir war es gar nicht auf Englisch voreingestellt, tatsächlich. Junge, alles 55er Level hier, Alter. Was soll denn das? Ja, also Fabio, du wolltest ja nach drei Dinos aufschau halten, ne? Ja, ja, ich guck hier grad schon in... Nee, du bist auch Level 55. Warum sind denn hier alles 55er Level, Alter? Sind auch so ne Affen. Ah, ey. Das ist zwar nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Ich guck hier vielleicht noch auf die Schnelle welche. Mehr Blades, Digga. Die Links hab ich irgendwo. Lauf doch jetzt. Nicht kacken, laufen. Los. Und sonst keine mehr. Schade. Na gut, dann... Erstmal wieder Richtung Basis. Hier drinnen muss doch was sein. Digga, hat er jetzt den Stone nicht genommen? Ach, ich bekomm zu viel. Klingt wieder nach Spaß. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Digga. Bei mir klappt dieses... Diese klaut auch nicht immer, ne? Du kannst irgendwie auch ein bisschen abholen. Hier rein. Sealing. Hallo? Der Server macht irgendwie echt die Map nicht, glaube ich. Ne. Die ist halt echt groß. Ey, das... Als ob dieser Spacken... Jetzt wieder seine ganzen Leben generiert hat. Ja, fuck you, Alter. Wie geil. Mal die ganzen Sattel, die ich gefunden hab, hier rein. Die ganzen Baubläne. Was hab ich hier für nen Sattel? Oh, die Dragon Sattel. Der ist eigentlich auch gar nicht mal so scheiße. Baubläne Rüstung, wie teuer ist die? Oh, die könnte ich mir machen. Was ist das hier? Mammutsattel. Sattel. Was ist das hier? Was ist das hier? Bringen wir die Dinger gleich hier in den Industriefahrt. Zerkleinerer, ne 110 Architin. Brustplatte und ne 180% Revolver. Da haben wir bessere Sachen. Sattel. Den brauchen wir nicht. So. Was hab ich hier für nen Sattel? Oh, ich hab nen besseren Agentar für Sattel. Da können wir mal gucken. Aber nicht vielleicht... Ja, man gibt auch echt viele Sattel. Was besseres haben. So, dann werd ich wieder ein paar meiner Sachen einlagern, die ich nicht brauche. Oh, ich überleg, ob ich das hier oben jetzt mit Steinbach abschließe schon. Denke schon, oder? Ja, mit Steinbach abschließe ich das. Ja, wär besser, ja. Genau. So. Jetzt wird die Scheiße aus. Wir haben ja hier immer noch den heranwachsenden Agentarwiss. Das Digga, er platziert zu langsam. Weil das ja... Da kann ich den Sattel ja schon mal direkt reinlegen. Dann haben wir für den sogar schon ein bisschen den Sattel. Hier hat ja noch Fleisch drin, das funktioniert alles gut. Gut. Dann brauche ich erstmal ein paar Sachen. Hä? Okay. Okay. So. Ich brauche noch mehr Zeug. Okay, ne. Also wenn wir natürlich so ein paar Betonschnecken uns züchten könnten, dann hätten wir auch kein Betonproblem mehr. Aber was machen die? Die stellen das her, oder? Die stellen das einfach so her. Die laufen hier ein bisschen rum und dann sammeln, stellen die einfach Beton her. Ziemlich entspannt. Ja, ist geil. Ich mache erstmal meine Rüstung hier rein. Die probiere ich dann irgendwann, wenn ich Bock habe. Habe ich eigentlich überhaupt eine Rüstung an? Aber ich habe hier eine geile Lederrüstung an. Wer kennt sie nicht? Mhm. Was haben wir denn da? Ja. Ja. Gut, ich habe ein bisschen... Haben wir eigentlich noch Metall? Wir sollten noch Metall haben. Wie ist denn, haben wir noch? Ja, gute 7000. Ach, ja dann. So viel ist das nicht bei den teuren Braubeln hier. Ja gut, das ist schon richtig. Kann ich nochmal ein bisschen Neues holen gehen. Guck mal, was für Rüstung... Was haben wir denn hier inzwischen für Rüstungssachen hier? Wir haben hier die Tausender... Guck dir allein diese Tausenderrüstung... Äh... Hose kostet schon 700... 700 kostet die... Ja, stark. Ähm... Aber gut zu tun. So, haben wir ein bisschen Schettin. Dann kann ich meine Schettin-Sachen zumindest reparieren. Ah, ich lass die jetzt auch erstmal... Ich möchte... Ist eigentlich... Ich möchte nicht so scheiße aussehen. Ich möchte eigentlich jetzt meine Schettin-Würstung so wie sie es haben. Wir haben nicht genügend Schettin, Digga. Aber hier haben wir noch ein bisschen was drin. Mal zwei, fünf. Ah, jetzt... Digga, komm. Digga, jetzt fehlt Leder, Digga. Jetzt pack ich ab, Digga. Nehmen wir auch mal meine Hose hier, ne? Wir brauchen auch wieder... Was fehlt jetzt? Hier wieder Leder, Digga. Mach mal Leder rein. Warte kurz. Naja, ich nehme meine Hose raus. Ah. Wieder eine Hose. Okay. Ah scheiße, das war dumm. Warum ich die repariert? Ich bin doch hier besserer. Naja, scheiß drauf. Hallo. Kann ich eigentlich... So, ich brauche... Ich habe sogar noch ein paar Betäubungs-Darts. Ich würde aber ein paar Betäubungs-Pfeile vielleicht auch noch machen. Ah, ich lasse es erstmal. Ich habe eine gute Flinte eigentlich. Ich will den Harpunwerfer mitnehmen. Den brauche ich auf jeden Fall. Ich habe keinen... Ja, ich brauche ein paar Netzprojektile. So. Und dann gehe ich los. Gucken wir einfach mal. Ähm... Gehen wir mal in den Kühlschrank. Da sollten wir ja ein bisschen Prime-Meat haben. Habe ich noch irgendwas Unnötiges dabei. Die ganze Munition brauche ich erstmal nicht. Mitnehmen. Ein bisschen wäre vielleicht okay. Pike brauche ich nicht. So. Ein bisschen Fleisch kann nicht schaden. So. Okay. Dann geht's los. Das geht noch nicht los. Ich brauche ja noch die... ...Brio-Kapseln. Wie kann ich ihn ins Inventar von dem... ...Makrops ohne den runter zu werfen? Ah. Egal. Egal. Gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Was wir hier so finden. Egal. Egal. So. Alles hier nicht die richtigen Dinos. Alles hier nicht die richtigen Dinos. Alles hier nicht. Okay. Ah. So. So. Das ist so Good. So. Is das so gut. Wirklich? Okay. So. 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 Christoph hier, Hans. Ah, Mann. Jetzt wird es nervig hin. Wie ist es? Huch. So. Äh, Gott. Ich sehe gar nichts. Alter, ach, ein... Was? Da. Deh. 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 Oh, ja, ja, das ist das, ja, das ist natürlich, ja, das ist passiert, ja, nix, nix, ich bin unterwegs, schau mich mal ein bisschen um, äh, ja, 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 ich bin trotzdem hier, ja, 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 ja,